So, hoffe, es nimmt jetzt auf. Wir waren bei Fleisch stehen geblieben. Ja, so, ich hab's nachgeguckt. Ich weiß jetzt, wie's geht. Nein. So schon mal nicht. Also. Ja, ist schon ein bisschen später, deswegen... ... muss ich ein bisschen leiser reden. So. Ja, heute wird die Uhr hier umgestellt. Deswegen... Nein, es war schon falsch. Ich muss nur das erstmal mitnehmen. So. Ich hab's nicht nachgeguckt. Ich hab's einfach mal gespielt. Und dann auch. So, vor nächstes Jahr und das nächste... Ja. Hab ich auch nachgeguckt. Also. Das mit diesem... Wo man den richtigen Weg finden muss. Also, welche Items man halt richtig nehmen muss. So. Na, komm. So. Nein, das war schon falsch. So. Dann. Ah. Geht es? Mal gucken. Na, gucken. Ja, es geht. Okay. Nein. Sollte auch... Ähm... Genau. Super. Das kommt schon demchen durch. So. Den kann ich gleich drücken. So. Halt. Brauche ich das noch? Nee, ich glaube nicht. Och. So, jetzt. Ich will jetzt den Schlüssel nehmen. Ja. Ich will das auch heute fertig spielen. Das Puzzle-Band 1. Und zwei werde ich anfangen, weil ich's ja eh nicht schaffen. Nein. Das geht. Aber weil wir ja fair sind, würden wir uns einmachen und sind wieder klein. Wie war das jetzt? Gute Frage. Was war denn jetzt hier? Das war... Also hier können wir nur groß sein. Das geht ja nicht an. Doch, nur P-Switch. Stimmt. Ah. Wir können ja auch dagegen... Aber es sieht so offensichtlich aus. Also bis jetzt noch. Ja. Feder offensichtlich. Also hier auf jeden Fall war das... Was haben wir jetzt? Ein Sternkontinent durch. So. Was war jetzt hier? Äh. Wo sind Silber? Ja, ja. So. Nein. Ach, jetzt hab ich jetzt. Geselfen. Oh, jetzt komm. Warte. Ja. Wir müssen nämlich... So. Nach rechts. Damit der Pilz sah. Und er muss weiter rechts runterfällen. Wir müssen aber jetzt ohne Schaden durchkommen. Gut. Das ist eigentlich schlimm, weil... Wir brauchen die Ranke, weil... Nein. Wie will mir denn hier so... umher. Nein. So, jetzt haben wir gleich geschafft. Und hätte ich nicht nachgeguckt, hätte man vielleicht mal probieren müssen. So, der Coin Castle. Ähm, safe. Halt! Oh, safe. So. Nein. Das geht. Nur, wir müssen, wenn ich jetzt hier stehe... Okay. Ah, gut. Schön die Musik gerade. Ich hab mal die Kontrolle, aber egal. Ja. Nein. Warte mal. Okay. Auch sehr schön. Nee, okay. Also vielleicht kriegt mir das noch aus, aber egal. So. So. Ah, jetzt geht's. Nein. Nein. Noch ein Stück tiefer. Nein. Es ist jetzt... Es ist natürlich jetzt... Komm. Warte mal. Warte mal. Fangen wir mal neu an. Ich muss das nämlich richtig machen und sonst komm ich da nicht weiter. Sonst ging's doch auf Anhieb. Ah. Kaum sachig geht's auch. So. 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 Jetzt das erstmal wegmachen hier so ein bisschen. So. Jetzt. Mal save. Wir können euch ja gerne den Trick abschauen. Also für mich... Für mich ist es so am einfachsten. Genau. Also... Na. Hubschmeißen. Weil wenn... mich durchschmeißen dann... Na ja. Ist das so weit rechts. Mario-Gruppen nicht mehr dran. Also... Wenn ich's jetzt mache. Na ja. So und. Nein. Das ist... Also... Ich weiß nicht wer es auf Anhieb kann, aber... Hallo. Haha. Ah, danke. So jetzt. Achso. Nein. So ganz knapp hier hinsetzen. Ja. Ja. Das krieg ich jetzt hin. Das ist Aachen. Wieso... Wieso... Ah jetzt. Müssen wir mal ein bisschen warten. Das war knapp. Hier ist eine große Tür, aber wir müssen klein rein. Sonst kommen wir hier unter den Goalpoint nicht durch. Ja. Genau das würde nämlich auch passieren. Deswegen... Es ist jetzt so schwer. Ich will jetzt nämlich... Hier hin. Also... Ah. So. Hatten wir schon gespielt? Ne. Jetzt hab ich schon gezeigt, dass man da ein bisschen mit der Turbo-Taste spielen kann. Soweit. Ja. Der Controller ist schon ein bisschen älter. Deswegen hört man den. Ich könnte noch einen neueren nehmen. Der ist ein Tick leiser, aber... Der alte finde ich schöner. So. Nein. Das geht doch. So. Nein. Das geht doch. So schwer. So. Geschafft. So. Jetzt kommt die Klitschi-Kassel. So. Ich spiele heute nicht Bowser Schloss. Das muss ich nur üben. So. Weil... Das kann ich gar nicht. Also... Den ersten Raum nicht. Also... Auch geil hier. Dass ich hier so ein bisschen durch kann. Ja, komisch. Manchmal kann man hier durchlaufen. Manchmal nicht. Das ist... Das ist... Naja. Egal. Das ist... Das letzte Mal, da konnte ich dann unter der Rafa durch den Essel nicht gehüpft. Ähm... Bin. Ist er gestorben. Ah. Fast. So. Hm. Auch zum Beweisen, dass das geht. Ist halt nur schwerer. Ja. Ich brauche nur zwei Sachen. Nein! Wo muss die jetzt hin? Einfach hier hin. Ah. Das geht, oder? Safe. Gut. Oh. Das regt mich auf, dass er nur so links-rechts kann. Nicht schräg. Was, ähm... Ich leid mich ein bisschen, aber... Nee. Geht ja. Nein. Aha. Genau. So. Was ich jetzt üben will, ist das... Peaceful Jump. Das hab ich nicht gekriegt. Genau. Das ist eigentlich nicht schwer. Warte. Nein. Warte. Neun. Soll ich eigentlich was zeigen, aber gut. Oh, auf Anhieb ohne Safe-State. Das war jetzt... Oder? So. Sieht nicht aus, als wäre es nur eine Münze, aber... Oh, da hat er auch... Nein. Hä? Hä? Wie hab ich das immer hingekriegt? Hä? Hallo? Wie blöd. Ich höre da nur... Ah. Warte mal halt. Hä, das... Ich hab's doch immer so gemacht. Das ging bis jetzt immer. Na ja. Hä? Wie hab ich nichts? Das schafft er nicht, gell? Ach. Knapp. Knapp. Jetzt aber. Das war aber sehr knapp, also... Ach. Und das schön, ne? Also ich nehm natürlich einen anderen möglichen Ausgang. Denn den, den ich beim anderen gesehen hab, der ist mir ein bisschen zu schwer. Ja. Segen. Einfachste Möglichkeit. Na. Was geht dir noch? Ich hab's doch vorhin auch hingekriegt. Na komm. Also nicht den Slimmo, sondern normale Geschwindigkeit. Ich hatte den aber mal hier so ein bisschen. Ja. So schafft auch. The House of Madness. Wie lange nehmen wir auf? Ist ja egal. Ich mach ja... Die zwei Geisterhäuser noch, glaub ich, sind das. Und dann... Bauderflossen mach ich ja nicht. Deswegen. Das spiel ich dann irgendwann mal in zwei Jahren. Na, ich bin jetzt so der Typ, der... Schwere Level spielt deswegen. Also sowas geht hier noch, aber... Ah, okay. Das ist also auch falsch. Na komm jetzt. Ach, ich bin ja so blöd. Jetzt aber, komm. Hallo. Safe und... Ah, jetzt. Mal einfach hier fallen lassen, beim zurückzukommen. Oh mein Gott. War ein glückhaltiges Leben wieder gesammelt und sei ja jetzt gestorben. Das wär scheiße. Jetzt aber nach links. Also ich weiß nicht, ob man links... Ich hab's... Mach's nach links. Ist einfacher. Und jetzt... Ähm... Ist die Höhe... Hier drunten. So, oder? Wart ihr da? Ja. Und hier sieht's... Man sieht's nicht, aber hier sind zwei Blöcke. Also hier ist ein Blöcke und da einer halt. Ja. 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 Ja, das klappt. Das hab ich schon probiert. Ja. 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 Wie geht das jetzt wieder? Na, blöde Buh schon wieder zu nah. Nein. Oh, blöd. Heil. Oh. Jetzt muss man halt gleich neu, wenn das nicht passt. Oh. So, Hilfe. Ich will nur... Die Münze... Ne, das geht schon noch mehr. Also zurück, zurück, zurück. Zurück. Wow. Oh. So, jetzt aber. Komm. Ja, passt doch. Nein! Nein! Schon meine Münze vergessen. Zurück. Jetzt aber. Ja, es ist Rems schon wieder... ...zwei Tage nicht gespielt hat. Ja, zwei Tage. Also von innen geht's her. Ja, gut. Jetzt schnell. Passt ja lange. So. Jetzt. Ich will es schaffen. Danke. Ist ja nicht schwer. Also... Das ist ja jetzt einfach der Guss. Hallo, blöder Uhu. Wie geht's hier heute zurück? So, geschafft. Dann geht's nächstes Mal hier weiter. Ich kann ja mal probieren zu spielen. Ich will's aber eh nicht schaffen. So. Oh. Ich weiß ja so ungefähr wie's geht. Das weiß ich auch mal. Was man wusste. Oh. Das war jetzt einfach. Beim zweiten Versuch. Das ist ja jetzt unglaublich heute. Aber dafür jetzt hier nicht. Ich muss mal groß durch. Ich meine schon, ja. Ach. Nicht blöd eigentlich. Achso. Der kommt ja nicht durch. Oh. Nochmal zurück. Warte. Das geht doch nicht. Oh. 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 Der ist jetzt schwer sein soll. Achso. Doch, die geht halt theoretisch noch. Den nehme ich so. Jetzt geh's mal runter bitte. Genau. Achso. Haben wir's doch. Mit 200 müsste passen. Ich glaub wir schaffen's heute doch noch. Es wär natürlich schön. Aber gut. Man sieht's ja immer. Aber man sieht's ja immer. Oh. Oh. Hallo. Nein. Es muss schneller gehen. Oh. Mein Gott. Mach doch. Jetzt auf. Danke. Nee. Ist hier. Passt doch. Gut. Soll das auch nicht passen. Sollte ich keine Ahnung. Achso. Passt ja. Also okay. Ist auch nicht schwer. Links ist eine Münze noch drin. Oder mehrere halt. Also du scheinst es jetzt heute zu schaffen. Ich hab's nicht geübt. Er hat das hier denkt. Oh der hat ja geübt. Deswegen kann das ja. Ja. Der wollte ich zum nächsten Mal spielen. Und ja. Die anderen Läufe hab ich alle geübt. Nur das nicht. So muss er klein werden. Ist doch schade, gell. Ist doch schade, gell. Oh. 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 Ich hab's noch alles. Oh. 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 Geht es eigentlich schneller? Ich weiß gerade gar nicht. Ist ja egal. Was kommt denn dann noch? Ich weiß gar nicht mehr. Safe. Jetzt muss ich mehr drücken. Genau, guck, eigentlich fehlt mehr runter. Wenn ich hier nach oben drücke, also gedrückt halte, dann geht er wieder hoch. So, achtsam hier. Oh, es wird knapp, weil der andere hatte dann noch mehr Zeit. Wie war das jetzt? Was muss man mal angucken? Die müssen ja hier rüber laufen, oder? Und, gut. Hä? Bin ich jetzt nicht? Doch, warte mal. Sollte. Ach, dann fällt der runter, okay. Ah, aber alt, ich spiel über den Block. Oh, ich brauche einen Tick länger, bis er fest ist, ey. Nein! Gut, jetzt lauf. Bleib da. Kannst du nicht irgendwie rüber schlägen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, jetzt. Okay. Schneller nahm dir mehr viel Zeit. Aber schaff's eh. Nein, weil das schaffen wir nicht, weil da gibt's noch einen Raum, den wir brauchen. Alter, wir müssen noch schneller sein. Ne, okay. Wir können's ja danach gucken, aber... So, wir schaffen's aber noch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020